Willkommen heute zu einem neuen Free-to-Play-Spiel. Es ist auch gleichzeitig ein Clicker-Game und eine Flirtsimulation. Es geht um Geld und Flirten und ja, also mal schauen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich habe es nur bei Steam gesehen, dass dort eben ein neues Free-to-Play-Spiel aufgetaucht ist. Und ja, ich werde jetzt das erste Mal gleich mit euch starten und bin gespannt, wie man dort durch Klicken Herzen erobern kann und was sonst noch so ansteht an der Stelle. Irgendwelche Jobs zu lernen oder irgendwelche Geschenke zu sammeln. Auf jeden Fall habe ich auch gesehen, es gibt eine Errungenschaft, dass man eine Million auf dem Konto haben soll. Also ja, mal sehen, was dort so alles möglich ist. So, jetzt muss ich natürlich erst einmal für euch das Ganze rüberholen. So, im Hintergrund läuft schon die Musik davon. So. Die ist hoffentlich gleich abschalten kann. Ja, so ist das schon um einiges besser. Also, das sind dann die Click-Sounds. Mal gucken, ob ich die noch irgendwie ein bisschen einstellen kann oder ob die dann nicht so stören. Also, ich soll irgendwas im Grocery-Store kaufen bzw. bin dazu unterwegs. Und ein Vogel, der mir über den Weg kommt, stört mich. Und... Okay. Haut mich gleich vorm Fahrrad anscheinend. You crashed into a girl and she was taken away in Ambulance. Okay. Okay, ich hab jetzt nur... Also, ich war abgelenkt anscheinend von dem Vogel und hab gleich ein Mädchen überrollt. Und wer bist du denn? Coupidi. Hey there, believe it or not. Today your lucky day. My name is Coupidi and matchmaking is my speciality. Okay. Also, sie ist Profi darin, sozusagen irgendwie Leute zusammenzubringen. That girl's name was Cassie and I'm going to help you to get a date with her. Uh, okay. Dafür, dass ich sie gerade überfahren habe, dürfte sie wohl nicht sehr begeistert sein, sich mit mir zu treffen. You have already broken the eyes and possibly her rips. Ha, ha, ha. Also, ich hab sozusagen das erste Eis gebrochen, indem ich ihr die Rippen gebrochen habe, eventuell. Mal schauen. So, the next part should be easy. Na ja, wenn das nächste weiter soll leichter werden. First things first. Click the girls icon below to check on any girl that you have met. Okay. Also, hier hab ich die Auswahl der Mädels, die ich schon mal getroffen habe. Okay, Cassie ist die erste. Dann nehm ich mal an. Ich soll sie auswählen. Watch, you hurt her pretty badly. Okay. Oh, every time I want to say something sarkastisch, it hurts. Okay, das ist so eine Aussage von Cassie. Also, immer wenn sie etwas Sarkastisches sagt, dann muss sie wohl mit Verletzungen rechnen. Okay, was sagt Coupiti weiter zu sagen? Oh, excellent. It looks like she doesn't have house insurance. Was ist daran so gut, dass sie keine Krankenversicherung hat? Offer to pay her bills to make a good impression. Ach, jetzt soll ich schon wieder zahlen. Meine Güte. Was ist denn das für ein Flirt? Dingsbums. Es geht doch nicht darum, dass ich bloß alles bezahlen muss. But first you will have to find a job to make some money. Ja, das sieht ganz so aus, weil meine Balance ist aktuell bei Null. Drei-Klicke in the Jobs-Icon below to find some work. Ach, jetzt muss ich noch arbeiten gehen. Also, this is the Jobs-Screen. Fast-Food-Burger-Flipper. Wahrscheinlich ist das das auch, wo ich dann den Klick-Klick-Klick machen darf. Here you can find work, make money and advance your career. Okay, also ich kann natürlich meine Karriere oder beziehungsweise mein Level in den Jobs dann verbessern. You have no credentials or skills, so it looks like you are going to be flipping burgers. Naja gut, wenn man nichts kann, Burger wenden geht immer. In Crescios starte later to qualify for better jobs. But for now, why not give it a 3? Okay, also ich soll mich besser qualifizieren, um natürlich bessere Jobs zu bekommen, dann wahrscheinlich auch mehr Kohle und so weiter und so fort. Aber jetzt geht es zum Bürgerwenden. Okay. Klick. Okay, ich kann es nur starten und anhalten. You should be able to pay off the bill in no time. Ich soll ihre Rechnung bezahlen, aber wie viel denn überhaupt? When the bar fills up, you get paid. Hurra. It's usually best to have at least one job active at all times. Okay, es ist immer gut, einen Job aktiv zu haben, damit ich einfach Geld habe. Work hard for promotions to up your salary. If you stick this one company long enough, you could even become CEO. Also wenn ich lang genug in einer Firma bin, dann werde ich Chef und ansonsten kann ich auch meine Stellung einfach verbessern. Okay, next promotion, das heißt ja wahrscheinlich hier, ah ja, okay, steht ja wahrscheinlich schon drunter. Das heißt, nach weiteren 24 bekomme ich dann 2 Dollar mehr pro Durchschnitt. Also, mit your first girl you have earned 100 Dollar over the course of your careers. Okay, ich habe 100 Dollar bisher geendet. Erhalten. Now that you have some income, you should check in on Casey. Okay, also wieder zur... Casey is still in the hospital. The girl's screen now contains information on what requirements Cassie has. Okay, die will 100 Dollar und 100 Herzen. Meeting these requirements will allow you to reach the next stage of your relationship. Oh, also wenn ich noch die 100 Herzen dazu bekomme, dann geht's zur nächsten Stufe in unserer Beziehung. Na ja. There could be cashed, skills or other stuff. Okay, also Kohle habe ich schon, irgendwelche Fähigkeiten und was sonst noch so. Check out their hobbies and skills screen to better yourself. They operate similar to your job. You become a bun toaster. Oh, ich habe bestimmt meine Beförderung bekommen. So, talk to girls, buy them gifts. Könnt die mir nicht noch schenken. And take them on dates to increase their affection meter. Ich vermute mal, das ist das Ding hier oben. Das heißt, ich muss wieder ausführen. Geld, Kohle. Na ja, so wie immer halt. Remember you only have so much free time to fit everything in. Was? Remember you only have so much free time to fit everything in. Unlike FG Achievements to increase the number of time blocks you have to use. Hm. Okay, also habe ich jetzt genug freie Zeit oder habe ich nicht genug freie Zeit? Na ja, mal gucken. Das ist es. I have told you everything I know. The word is yours. Just please try not to hurt every girl that you meet. Okay, also so nicht jedes Girl auf die wir über den Haufen fahren und mehr hat Griepidemie nicht zu sagen. Okay, das Tutorial ist der Ende. Hobbies. Hobbies kann ich nicht auswählen. Jobs. So, Restaurant. Also ich muss Funny & Suave & Motivation wissen. Das sind ja wahrscheinlich meine Statistiken. Sieht ja nicht sehr spannend aus. Was ist eigentlich? Ah, das hier sind wahrscheinlich die Timeslots. Okay, was haben wir denn hier? Achso, meine Avatar-Sachen. Oh, Avatar-Basteln, da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Recept now to add 0.1. Bonus Multiplot 100. Time Block 6. Okay, das sind die da oben. Total Money Earn. Das ist das da. Girls mit 1. Jobs Unlocked 1. Hobbies learned 0. Herbs earned 0. Dates keine. Okay. Prestige. Das Bonus beat up. Job wages, Hobbies & Girl cool down. Like chatting. Recept with confidence. Your achievements, Diamonds, Time Locks & Store Pushes will not be affected. Okay. Also ich weiß noch nicht, was das geht. Looking for a Speed Boost, then start over from the beginning. Reset your progress and turn your progress into a Super Speed Boost. Okay, also ich kann dann hier irgendwelche Multiplier noch. Ja, das ist dann sozusagen das Incremental Game, das man dann irgendwie neu startet und mehr bekommt. Was ist denn das More? Memory Album, Settings. Äh, machen wir die Music Volume ganz aus und das hier. Äh, ist immer noch zu laut. Ich glaube, so ist es besser. Mal gucken. Render Quality Particles, FAQ, Memory Album. Oh, das war das Einzige. Viele, viele Herzchen. Aber ich glaube, die zählen nicht als die Herzchen. So, die anderen habe ich noch nicht getroffen. Wo auch immer ich die anderen treffen werde. Save Game, Load Game, Full Reset. Thanks for playing early access. Okay, das ist More, das ist der Store. Ein Time Block. It's one Time Block to total capacity. More Diamonds. Klick hier, More Diamonds. Ich gehe mal an. Das sind die Premium Items, die natürlich Geld kosten. Äh, sind das jetzt die Dollar oder sind das echte Dollar? Ich vermute mal, das sind echte Dollar. Ähm, mal klicken. Ja, das sind echte Dollar. Also, nein. Eigentlich, das Spiel geht bestimmt auch ohne. Mal gucken, wie lange das dann alles dauert. Was waren jetzt eigentlich alles in dem Store? Okay, noch mehr Time Blocks. Boost, Beat Boost, Time Skips. Hm. So, hier konnte ich noch nicht viel machen. Ah, okay, hier sind Nice Buns. Let's reach your Job Title for Bun Toaster. Und all about the Benjamin. When a lifetime total of 100 Dollars. Okay. So, two achievements until Time Block unlocks. Okay. Also, hier sind deutlich mehr Achievements, als sie in Steam angezeigt werden. Ich glaube, da waren es nur irgendwie 16. Okay, hier sind zwei auf 273. Gut. Ähm. Was kann ich hier jetzt noch machen? Okay, im Moment habe ich 12. Aber hier bringt mir das Klicken überhaupt nichts. Gut, dann gucken wir mal, was mit ihr hier ist. Oh, every time I want. Okay, das ist immer noch das da. You have made all requirements except for affection. Try talking, gifting or dating Cassie to build up their affection. Ja, die soll ja begeistert von mir sein und nicht nur Sterne sehen, weil ich sie umgefallen habe. You can also try tapping Cassie to see what happens. Ich soll sie anklicken. So. Okay. Also gut, die Herzen hier, also wovon ich 100 erreichen soll. 100. Poke. You better check yourself before you freak yourself. You better check, äh, sollst ich selbst gucken, bevor yo- Bevor ich mich selbst kaputt mache. You became an onion rehydrator. Oh, ich hab meine. What the heck do you want? You heard to pay for my bills or something? Ja, ich bin hier, um deine Rechnung zu bezahlen. Yes. Ich konnte ja eh nichts anderes ausführen. Oh, look at all the money bags here. I guess it's the least you can do after running me down like a dog. Äh, das klingt eher nach einer Beleidigung. You reach next stage with Cassie. You earned one diamond. Ah, okay, Diamanten kann man also auch im Spiel bekommen. You can now do a new hobby. Thanks. Okay. Drei-Klicken, the hobby-button to pick up your first hobby. Okay, ich kann jetzt endlich Hobbys machen. Das war ja noch Ding. Und danke für... Okay, 250 und ich brauche Level 2 Suave. Was auch immer Suave ist. Dancing. Na dann. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Okay, das heißt, jetzt sind drei Slots. Aber ich kann es nicht beschleunigen. Each Hobby kostet drei Slots. Also drei Slots sind gesagt. Ah, okay, also ich habe jetzt insgesamt inzwischen sieben Timeslots. Und ein Hobby, das ich lerne, kostet, muss ich drei aktivieren. Während meine Drops auch hier drei Timeslots benötigen. Also, gut. Das heißt, da kann ich jetzt nicht viel machen. Das heißt, klicken kann ich eigentlich nur hier ein bisschen. Und, aber mein Hobby sollte ja... Achso, Nummer eins. Das heißt, es muss noch einmal durchlaufen, bevor ich dann... Und bis dahin kann ich ja schon mal hier die... Was passiert denn eigentlich hier? You thought to talk a big game, but can you walk the walk? You thought to talk a big game. Was? But you can walk the walk. Ich verstehe es nicht. Okay, Stats. Ah, okay, sie ist 19. 25 August hat sie Geburtstag. Blond-Type. Spaghetti ist ihr Lieblings. Like traits. Buff. Uh, Bruste ist B. Sie ist Taxifahrer. Sie mag am liebsten Blumen und... Sie rettet am liebsten Leben. Na gut. Atom. What's about if we just get quite into each other's eyes? Your voice is a major drag. Okay, das heißt, das sind alles bloß so Flirtsprüche. Ich glaube, das ist schneller, einfach hier ein bisschen zu klicken. Poke. Hey, hey. Behave yourself. Keep your tricky fingers where I can see them. Okay. All right, all right. I can tell you wanna bury their headshot. Okay, was auch immer sie meint. Don't forgive and forget. I'm all about that sweet heart supreme over here. Okay, also hat sie mir jetzt schon vergeben. Okay. Nächste Diamant. More Time Unlocked. Hey, cool. Okay, also noch geht es ganz recht zügig vorwärts. Okay, jetzt soll ich Level 3 Tech Savvy und Level 3 Buff und eine Shell. Eine Shell vermute ich mal im... Bekomme ich die im... Ne, im Store bekomme ich die dort nicht. Oh, neue Hobbys. Für jedes Hobby brauche ich drei... Dingsbums. Okay, was sollte ich jetzt... Tech Savvy und Buff. Buff ist hier und Tech Savvy ist da. Gut, dann halten wir das an und machen hier weiter. 30 Sekunden dauert es am Anfang und später dauert es halt umso mehr. Und wenn ich jetzt Funny habe, sollte ich die jetzt auch hier machen? Ne. Dann könnte ich mir zumindest einen besseren Job leisten. Hm. Aber es dauert auf jeden Fall nicht mehr... Hey, you have unlocked a party hobby, surfing hobby, gaming hobby. Zehn Achievements habe ich schon. Meine Güte. Gucken wir mal, was alles hier schon... Do I amuse you? Unlocked a party hobby. Hacked the Internet, unlocked a gaming hobby. Und surfing. So, das mit dem Hund doll hat man schon. Ah ja, ich habe schon 100 Herzen geklickt. Das war, glaube ich, auch ein Achievement... Achievement... für... für... Steam. So... Hydration Energy. Okay, das sind die Beförderung. Speed Tating. Play for 15 Minuten. Ja, ich habe schon 15 Minuten gespielt. Gut. Das heißt, ich habe auch schon 15 Minuten mit euch aufgenommen. Also... Hey, ich kann hier Geschenke... Ah ja, da ist schon mal die... Wenn sie Blumen mag, wieso will sie dann... Ach so... Ähm... Wieso will sie dann eigentlich eine Muschel haben? Naja... Okay... Was, was, was? Are you sure to want to buy one shell for Cassey? 400 Dollar. Uuuuh... Shipping null... Pay... Money... Oder Pay... Diamanten... Und gibt 25 Herzchen. Naja, auf jeden Fall muss ich es ja erfüllen, bevor ich dann die nächste Stufe erreichen kann. Also... Pay. Haha... Oh wow... Ein Bürstegift von Montslate. Ähm... Wir haben doch noch gar nicht... Gibt es hier irgendwo ein Datum? Naja, ist egal. Du hast doch im August Geburtstag gehabt. Ne? Ja... Like Trades... Okay... Buff habe ich jetzt schon... Level 3... Dann ist jetzt noch Tech Savvy. Ja... Halt den halt an. So... Tech Savvy ist jetzt das... Und ich brauche noch 625 Herz. Hört sich eher als würde ich Tauben nehmen. Hört sich eher als würde ich Tauben nehmen. Close. So... Tech Savvy läuft noch. Dauert noch ein bisschen. Wer bist du denn? Boop boop. Boop boop. One day while wandering around a local card you start playing a weird looking retro game. Äh... Weird... Heißt das jetzt, dass es mir nicht gefallen hat? Not entirely understanding how it works. You start button mashing and... Okay... Klingt so als hätte ich es nicht begriffen. Gut... Ist das da hinten schon die neue? Uh... Score... Krascht. Uh... Oh... Oh... Ich habe ohne es zu verstehen irgendwelche Rekorde gebrochen und das ist sowieso sauer. Krash, krash. Deswegen heißt das Spiel auch Krash, krash. Nooo! Das not warnt. It appears you got the high score and destroy dead girls hard work and dedication. Better try to make a feel better. Tja, Anfänger Glück ist immer noch das Beste. Dier ist Crème. Okay, sie scheint sauer zu sein. Iiiiih! Sieht so aus, als würde sie sich mit Eiscreme zufrieden geben. Klecker, klecker. 250 Herzchen und dann ist die Sache auch gleich ausgegessen. So, schon. You have unlocked me. You have tapped 1000 Herz into existence. Wie lovely. Blot, blot, blot. Blot, blot, blot. 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 Deactivate. Danke. Noch ein Diamant. Also jedes Mal erscheint, wenn ich mit den Mädels eine Stufe weiterkomme, bekomme ich Diamanten. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, es gibt auch... Was ist eigentlich das hier oben? Things to remember. Affection hurts can be earned from Gifts, Chat and Tapping on Girls. Ja, das Tapping ist doch immer noch das günstigste. Uh. Bitte nicht anfassen. Diamants can be used for buying Gifts and skipping Jobs and Hobby Levels. Okay, die laufen aber auch über Zeit. Working Jobs earn you money but require skills. They require time. Okay, also die Dinge. Hobbies teach you new skills. They require time. Das habe ich auch schon. Prestige will accelerate progress. Way time scaling after the game resets. Okay, das war ja hier. Inzwischen mit 0,18. Aber jetzt ist die Frage, ob ich mir einen zweiten Job... Ich brauche noch Fanny, brauche ich noch. Dann kann ich den ja... Na gut, so lange kann ich das Ding eigentlich auch laufen lassen. Oder den da. 30 Sekunden. Machen wir die eigentlich dann gleichzeitig. Ne. Er zeigt dann immer nur den letzten an. Also wenn ich die Funning durch habe, dann kann ich noch einen zweiten Job machen. Und kann ein bisschen schneller Geld verdienen. Wobei ich im Moment ja noch gar nicht viel Geld brauchte. Okay, Level 4 Motivation. Das ist jetzt der dort. Was braucht sie denn? Great, no my eyes are so from all this rolling. Could you be just a little less frustrating to deal with? Could you be just a little less frustrating to deal with? Wenn du mit den Augen rollst, warum soll ich denn weniger frustrierend sein? Look, I can take a hint. I'm not some stone-hearted, happy gargled, sing-gamyagny. You trying to ask me for a friendly date? Äh, nö. Okay, yes. Cool, you can have my number. I bet you feel super special now. Ja, klar. Okay, danke. Hey, hot stuff, looking like you are starting a slowdown a bit. Don't worry, I've just got the thing. The stop, stop. Äh, was ist mit dem Ding? Down here in the Prestige-Button. This scary thing will reset your entire game if you press it. Was? Ja, das habe ich ja schon gesehen. Und? Warum sollte ich sowas machen? Don't worry. Once you do, it will add this pretty boost to everything in the game. Right now, that means it will more than double your progress. It's up to you to determine, where's the best time. But don't be afraid. Your Diamonds, Time-Blocks and Achievements won't reset. Also Diamanten behalte ich. Die Time-Blocks hier behalte ich auch. Und die Achievements. Okay. Naja, dann warum nicht? Also. Jetzt gucke ich mir doch mal ein bisschen an, was ich hier so noch auswählen kann. Irgendwie nicht gerade viel. Was kann ich immer nur? Eins von einem Ding. Ne, ich kann mehr auswählen. Also Haare werde ich ja nur einmal auswählen können. Da will ich... Juhu. Da eigentlich brauche ich gar keine Haare. Aber ein bisschen Kopfbedeckung ist bestimmt ganz lustig. Vielleicht so. Okay, das sind... Das ist doch ein... Ich verstehe jetzt zwar nicht, wenn ich mit den Frauen flirte, warum ich dann ein Mann sein sollte. Also warum ich kein Mann sein sollte an der Stelle. Das sieht ein bisschen alt aus. Irgendwie so richtig passt mir das nicht. Ein weißer Zylinder. Eine Krone. Ach, und das war es schon. Hm. Okay, dann lassen wir die Haare weg. Ey, was war denn das noch? Hörner. Ich glaube, wir machen mal Schirnmütze und Haare weg. So, ist okay. So, ich set now to add 1.0.1. Also Bonus-Multipleer ist aktuell bei 1. Und das wäre dann sozusagen das... Eben wahrscheinlich 2,01. Hey, meine Jobs. Restaurant-Bourgier. Da kriege ich jetzt 24 Dollar pro Dings. Die Frage ist, jetzt kann ich ja die Hobbys wieder anhalten. Hier bin ich jetzt auch schon bei 3. Ja, da sieht man, dass das... Mal gucken, wie schnell der jetzt läuft, wenn der durchgelaufen ist. 2,5 Minuten. Ich glaube, ihr spinnt. Ja, aber da ist schon klar. Also dann lieber verdoppeln, damit die doppelt so schnell durchlaufen. Also entweder halbiert sich die Zeit oder sie verdoppeln sich. Mal gucken, wie das dann ist. Auf jeden Fall 2.0 annehmen. Jetzt kann ich aber immer nur einen angucken. Wäre natürlich gut, wenn man den dann direkt da anschauen kann. Aber gut. Also, der läuft jetzt auch durch. Aber den brauche ich sogar vier. Aber ich habe ja genug Timeslots gehabt. So, wie sieht es denn mit den Girlies aus? Okay, sie rollt immer noch mit den Augen. Sie will jetzt eine Rose. Und 1563 Herzen. Das kann ja mal nicht wahr sein. Okay, die nehmen auch von alleine zu. Dann bekommt sie jetzt erstmal ihre komische Rose. 1000 Bohr. Naja, wir haben es ja. Wofür, wenn ich dafür ausgeben? Haha, oh wow. A bürste gift four months late. Wieso schon wieder? Wenn dann sechs Monate oder... Ne, vier Monate. Acht Monate zu früh, du Keks. Leave me to my ice cream and it did decreases. Jawohl. Motivation. Okay, das dauert noch eine Weile. Und wen haben wir denn da? One day while sticking it to the man. Das bin aber nicht ich. Ich habe doch eine Mütze auf. The cops show up to break up your protest. While a looting capture, you dash down an all a way and... Decke it to the man? Lieg ich jetzt in den Müll oder was? Oh. Oh ja, you have crushed my house. I'm sorry. What did I do? You too deserved this. Okay, ich bin in irgendwelchen Müll rumgelaufen und da liegt ein schönes Mädchen in deiner Pappkeiste. Oh, I hate rain. I want to push it off the counter. Okay, Level 5. Das wird ja immer schlimmer. Okay, jetzt machen wir... Ja, jetzt werde ich da mal noch eine Stufe weitergehen und hoffen, dass ich da noch einen Diamanten bekomme. Ich bin ja mal gespannt, ob ich dann jedes Mal, wenn ich resette, die Diamanten erneut freispielen kann oder ob es dann an der Stelle nicht mehr zählt. Auf jeden Fall läuft es recht flott. Also, kann schon einige Klicks vertragen. Yep. Call me crazy, but I'm feeling generous. Ooh. Wupp. Hey, hey. Behold yourself. Keep those tricky fingers, but I can see them. You reach the next stage with Cassie, thanks. Oh, sie reicht mir die Hand. Voller Herzchen. Das geht schon wieder mit dir. Oh, ein Kfudas Basket. 15.000. Ich glaube, du tickst nicht ganz richtig. Moonlight Scroll. Coming soon. 4.000.000. Klingt nach Rollenspiel. Und ein Diamantring für 10 Diamanten. Ja, da wird wohl noch ein bisschen was erweitert werden. Das heißt, Moonlight Scroll ist wahrscheinlich. Start Bonus. Da ist nichts. Chat. Chat. Irgendwie so heißt es jetzt. Chat. Chat. Atom. Just of control. Do you think I'm pretty and cool as if I'm attractive to down? Das heißt, ich muss mir dann Zeit nehmen und 1.000 Dollar. Okay, das heißt, ich muss mir dann Zeit nehmen und 1.000 Dollar. Ja, die kann ich noch bis zum nächsten Level tragen. Und das heißt, dass auch die ganzen Jobs zurückgesetzt werden. Ich bin dann. Ich bin nicht das Arschloch. Ich bin nicht das Arschloch. Ich bin nicht das Arschloch. Ich bin ja auch. Ich bin nicht das Arschloch. Ich bin nicht das Arschloch. was keine ahnung okay die will auch maskott fast food was heißt das ich muss okay jetzt habe ich gerade die promotion sozusagen bekommen weil vorher wollte sie nicht mit mir anbänden so funny ist dann das nächste okay das ganze zeug braucht hier eine ziemliche weile also da sehe ich schon wo sozusagen dann die ja die langen wartezeiten kommen wo es dann hier gilt tage stunden jahre um letztlich hier irgendwelche nächsten stufen zu machen allein wenn ich schon sehe hier 90 lucky 90 wissen keine ahnung wie lange das dann dauert mal gucken großen wissen hier ist wir sind wo ich werde cleverer durch meditation gut aber dann fange ich jetzt mal an mit dem reset do you really want to set your game and buy all progress no you still keep all diamonds achievement in time blocks yes hallo kassi okay es gibt close jobs ja bitte das sieht so aus als würde ich die diamanten natürlich nicht freigeschaltet so dann kann ich jetzt gleich schon mal 100 herzen gut klaus so und jetzt brauche ich bloß noch die 100 dollar und dann ja jetzt moneybags okay das sieht so aus als würde ich die diamanten natürlich nur beim ersten mal bekommen aber nicht wenn ich das zweite mal das gleiche level freischalte so das läuft jetzt alleine weiter hier kann ich auch noch nichts weiter machen das heißt einfach einfach wieder die herzen klicken und die 200 dollar verdienen also ich wollte nachschauen laufen die jetzt schneller oder sind sie kürzer geworden mal gucken ich glaube ich glaube die zweite also beziehungsweise dritte stufe waren irgendwie 30 sekunden mal schauen wie viel jetzt hier kommt 30 sekunden ok dann hoffe ich mal dass sie tatsächlich einfach nur schneller laufen da hat meine aussehen vergessen wo ist meine mütze da bin ich echt mal gespannt wie das dann im detail läuft so machen wir gleich mal das fahrne so machen wir gleich mal das fahrne und das brauche ich erst mal nicht so du solltest testen hier ein barbie das brauche ich dann bloß auf stufe 2 für den job und ja ich denke mal soweit für den ersten einblick reicht das für heute ich werde jetzt mal noch ein bisschen weiterspielen und schauen welche okay die ersten drei mädels haben wir jetzt schon mal kennengelernt gehabt und 1 2 3 9 12 ok und da sind noch einige die sozusagen noch entwickelt werden also das spiel wird noch nach und noch erweitert werden gut so viel für heute also ich bin mal gespannt wie schnell sich hier noch weitere timeslots freischalten lassen weil aktuell bei euch die dann natürlich jetzt nicht und ich würde dann den restaurant aber gleich noch mit einsammeln also ja so viel für heute und auch euch viel spaß einfach mal das spiel anzuschauen wie gesagt es ist ein free to play und kombo mit flirten klicker und ja auch ein progression game weil ihr seht ja auch immer wieder hier sinnvollerweise zu resetten damit das ganze insgesamt schneller läuft und bis zum nächsten mal tschüss und bis zum nächsten mal tschüss